Mein Schiff! Die Reparatur wird Wochen dauern. Ferndatum 4072. Mein Schiff ist auf dem Flugzeug Sektor 12 vom Kurs abgekommen. Ich bin nun gelandet auf einem merkwürdigen Planeten. Der Aufprall muss mich aus dem Hyperschlaf gerissen haben. Die Oberfläche hier scheint ein wenig instabil zu sein. Ich habe noch keine Daten, ob man die Atmosphäre atmen kann. Es scheint überhaupt keine Anzeichen für intelligentes Leben zu geben. Die Verkaufgerung Daubergeist Dauergültig Dauergültig